Servus Leute, hier ist wieder euer Incognito Fitness Co. Ich stelle euch heute dieses Optimum Nutrition Gold Standard Wave vor. Ich hole das mal schnell aus meiner Vorratskammer. Ho, schwächer Anfall! Ja, viele fragen sich von euch bestimmt, wie mische ich dieses Produkt an. Entweder mit Milch oder mit Wasser. Ich finde, dass es jeden persönlich überlassen. Ich persönlich mische es gern mit Milch an. Am besten 300 Milliliter. Sind es 300? Genau, es sind 300. Wie viel Scoops bzw. wie viel Löffel nimmt man? Ich persönlich, also mir persönlich reicht einer. So, genau. Und jetzt muss man dieses Mittel noch gerecht verrühren. Dazu könnt ihr entweder einen Rührbeser verwenden. Ich nehme so einen Stabmixer. Dann rühre ich die Scheiße hier an. So, das müsste reichen. Genau. So, dann kommen wir jetzt zum hauptsächlichen Verwendungszweck. Also wie man sieht, der blutige Schiss ist fast komplett weggespielt. Es ist wirklich ein sehr gutes Lösungsmittel. Und ich kann es wirklich jedem nur empfehlen. Und ich setze euch mal einen Link in die Beschreibung. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das gerne erwerben. Es lohnt sich. Es ist kostengünstig. Nur 50 Euro für die verfickte Dose. Und ja. Aber dafür, wenn ihr mal so einen richtig blutigen Schiss ins Klo rein scheißt, sag ich jetzt mal so, könnt ihr das prima mit diesen Lösungsmitteln sauber kriegen. Und ja, das war's von eurem Incognito Fitness Co.